Teicher. Habt ihr ihn gesehen? War es ein Meter. 90 hat er auf jeden Fall. 90 hat er auf jeden Fall, ja. Nicht nervös werden. Das mit dem Barschvideo wird leider nichts. Ich kann es nicht sein lassen. Ja einen Meter hat er nicht, aber ein guter 85. Knappe 90. Mega. Wir wollten noch in die nächste Barschstelle.